Die sind da so lange drin. Welcher Jahrgang bist du? 97. Du? 94. Du? 97. Ja, bist du? 94. Und du bist 94? Ja, ich bin 97. Und was bist du? Ich bin 94. Okay, gut, dass wir das dann jetzt auch völlig geklärt haben. Okay, das ist auf jeden Fall steineid. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich muss anders in schreiben. Was? Oh mein Gott, Dario, kannst du sie aus meiner Hand nehmen?